Jetzt im Test die Komet Geisterfeuer. Eine kleinere Rarität, also die gibt es auf jeden Fall noch öfters, aber es ist trotzdem halt schon ein alter Artikel. Wir fangen mal an mit Lila und da machen wir noch Blau, Grün, Gelb und Rot. Einfach mal jede Farbe einmal. Von jeder Farbe sind zwei Farben drin. Wir machen einfach mal zuerst den Roten. Für solche kleinen Fontänen auf jeden Fall super. Machen wir gleich noch einen gelben. Ja, auch ganz nett. Alle ab und zu explodieren, die auch mal schauen, ob wir heute auch einen explodierenden dabei haben. Auch sehr nice. Machen wir den Blauen. Der Blau hat uns jetzt am besten gefallen. Jetzt haben wir noch zum Abschluss den Lila nennen. Ich fand die Lila nennen fast bis jetzt am reißen. Also auf jeden Fall zu empfehlen. Die Komet Geisterfeuer holt sie euch, solange es sie noch gibt. Ja, danke für die Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Haut rein und ciao. Ciao. Ciao.